Moin Leute, was geht ab? Superbizeme haben wir wieder am Start und willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal Superbizeme und heute spielen wir Doors Floor 2 und zwar direkt anschließend an Hotel Plus, wo wir ein Modify hatten, wo mehr Rush spawnen. Das ist das Video, ich würde sagen, let's go! Warte, ich hab so viel Schaden. Wenn man tappt, guckt, dann kann man sehen, ob es übernommen wurde oder nicht. Ja, es wurde übernommen. Hä? Na, Bro. Wurde es jetzt ernsthaft übernommen? Was wurde übernommen? Der Modifier. Könnt ihr bitte warten oder macht ihr jetzt weiter? Wir machen jetzt weiter. Dankeschön. Anscheinend wirklich. Bro, ich werde so den kompletten Jeff-Job leer kaufen, das ist ja krank. Der wird danach pleite sein. Ich meine reich sein. Wie geil. Bro, stellt euch vor, wir schaffen jetzt einfach noch so Meilen. Achtung, lass meinen Kopf nicht geschehen! Bro, wir übernehmen auch diesen Effekt, dass wir uns heilen. Echt? Ja. Habt ihr den nicht mehr? Echt? Steh rein in den Schrank. Bro, normalerweise wäre jetzt noch nicht Rush gekommen, oder? Es laggt. Noch nicht, nein. Eigentlich. Bro, ganz vorsichtig. Stückchen für Stückchen runter schlucken. Bitte nach der Runde anderes Game wie Supergold. Oh nein. Das ist crazy mit Supergold. Ich bin Brickett. Baby Brickett. Baby Brickett. Bro, warum, Doris? Du zollst schon vier Stunden. Tatsächlich schon fünf. Geil. Na, Bro. Er geht... Lucky to an Lucky geht weiter. Ja. Gibt's... Das ist falsch. Hey, wo ist halt ein Mikro-Nike? Ich check's nicht. Bro, ich hab's doch gesagt, die verlarmen es ja. Oh, Bro, ich hab ein Map-Pack gekriegt. Hö? Einfach aus so einem Mini-Schrank. Hey, wasch kommt, wasch kommt. Das hat geflackert zumindest. Ich geh hinten rein. Na, Bro. Oh nein. Das ist so, Bro. Das geht nicht. Wer ist gestorben? Niemand. Hä? Hast du mittendrin einfach den Schrank gewechselt? Zünd... Ein Euro, ich zünd mein Feuerzeug an. Ein Euro, ich mach mein Feuerzeug an. Okay, zu spät. Ey, das ist ja in der T-Pose. Was hat er gerade gemacht? Ich renne einfach mit Fingerretten auf ein paar Kommande zu. Das war so wussig. Er ist ja schon immer akkursiv auf ihn gewesen. Und dann ist das fein. Jürgen, war das schlussisch. alle auf die der schrang Bro, du hättest nicht schreien müssen, nur für's... Na, Bro. Da war einfach ein Batterienpack drin. Junge, warum looted du mein Hohes? Das ist ja crazy. Hat er mal gesagt, glaub ich. Es verwirkt halt einfach. Macht euch einfach. Na, Bro, wir müssen Dinger finden. Wo denn überhaupt? Hier! Na, Bro, wie ihr alle geiert. Das ist halt krank, ne? Das wisst ihr. Lecker, lecker. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Geil. Ich bleib hier. Na, Bro. Das gibt mir die Alpha Rizzler Kids Lust drin. Kommt, Rush? Kommt der? Kommt, du bist ja fast. Bro, wir spielen uns halt grad wirklich auf letztlich durch, kann es sein? Ja, ja. Und wir sind halt der First Try, müsst ihr wissen. Wir sind überall Fake-Tür. 136, glaub ich, ja. Bro, wir haben's fast. Ey, beim T-Con, kannst du mir beim T-Con helfen? Ja, safe. Let's go, chat. Oh mein Gott, es beginnt. Guys, let's go, let's go, let's go! Bo, wieso ist da so ein kleines Digman-Trollface? Was soll der Scheiß? Okay, geradeaus. Sprung. Rechts. Geil, geil. Geil, geil. Sprung. Ducken. Links. Sprung. Links. Tot, tot, tot. Na, Bro, wieso? Ich bin eine Millisekunde zu früh wie Sprung. Das ist ja wirklich diese eine Millisekunde. Oh, ich hab noch nie einen Sprung verkackt, kann es sein? Chat, kann es einer mal kurz überprüfen? Du darfst einmal einen Sprung verkacken, ich war direkt beim ersten. Na, stimmt nicht. Oh, ich hab's, glaub ich. Ich hab's. Danke, vielen, vielen Dank, dass ich's hab. Ich hab's gemacht. Wie komm owo? Was was soll das? Was soll so ne Nachricht? Oh mein Gott. Let's go! Ja, wir haben's. Oh mein Gott, wir haben's, Chad. Bro, das ist crazy. Wie geil. Bro, wir spielen gerade wirklich Dorst durch. First Try. Von Hotel bis hin zu Dings. Mit sogar Modifier oben rechts. Na, Bro, das ist halt krank. Na, Bro, ich hab einfach Screech im Ding run. Das ist ehrenlos. Ey, das ist krank im Argo gehen. Ja, Bro, du kannst uns gerne zeigen, was du draufpasst vom Ding hier. Okay, ich hab ihn angewiesen, dass er gehen muss, denn Piet nicht sterben. Denn Piet darf nicht sterben. Geil, ne? Mhm. Bro, pass for real auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren, Falko. Na, Bro. Rechts oder links? Was sagt? Welche Lootput soll ich? Rechts. Na, Bro, ich hab gar nichts gekriegt. Egal, egal. Alles klar. Was weißt du das denn? Hey, weil er bloß noch zwei reingeschrieben hat. RQ, KK, okay. Ich hink ich angeschaut, ein paar Brune. Hey? Kann man dann Ogen nicht hinwerfen? Ich hab's geschafft. Okay, letztes. Wette, schafft er das? Hi, moin. Moin auf jeden Fall, Luca. Let's go, chat. Oh mein Gott. Für euch war es wahrscheinlich jetzt nur ein kleiner Cut. Aber wir haben so lange gebraucht. Er hat locker in der 20 Minuten oder so. So ist halt verwirrt. Let's go, chat. W's. Jetzt geht's aber ab. Let's go. Wir haben ihn leer gekauft. Bro, deine Mütze ist verrückt. Okay, wir gehen jetzt Räumchen für Räumchen weiter. Oh, cool, dass du mit Facecam zockst. Danke. Kannst du ja mal mit 2 zocken. M2 ist wirklich nicht so mental, bro. Vorbild, du hast 1 und 2 geschafft. Chill, jetzt stinkst du nicht. Wann auf einfach ein Taxi. Oh. Na, aber was war das gerade? Kleine Frage. Ja. Wir sind jetzt bei 64 rein, ne? 187. Wir machen's. Let's go, chat. Das hat gefühlt noch mal 5 Minuten gedauert. Aber jetzt geht's weiter. 188. 192. In Seekshade Riesentaschenlampe anlassen. Ich würde gerne Vitamine haben, ja. Habe 2. Jetzt sind wir noch in 195, dann haben wir's. Shit, ich mach's zum ersten Mal. Ich hab' ne riesen Flashlight. Und es geht ab. Raum 195. Doors Floor 2. Zum ersten Mal bieten oder nicht? Let's go. 195. Deswegen hab' ich nur genommen. Geradeaus. Wahrscheinlich nach rechts. Oh mein Gott. Wichtig. Bitte. Bro, die Lichter sind so schwer. 198. Bitte, 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 bitte. Ich hab' Vorsprung. Na, Bro. Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte. Floor. Beat Floor 2 incoming. Bitte. Bitte, ich hab's noch nie geschafft. 199. Wir haben's. Oh mein Gott. Ich dachte, der hat's nicht. Oh. Mein. Gott, shit. Ich hab' alles vergessen. Egal, ich mach's. Erste Pumpe. Oh mein Gott. Na, Bro. Egal. Egal. Chat, wir schaffen das. Zum ersten Mal Floor 2. Beat. Zum ersten Mal Floor 2. Konzentration, Pete. Wir haben's. Wir haben's. Okay, check it. Da schießt er immer hin. Na, Bro. Richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Dorst 2 gespielt. Ich hab zwei Dorst gespielt. Ich hab Dorst 2 von, ich hab Floor 2 von Dorst durchgespielt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zum ersten Mal in meinem Leben. Eigentlich sollte es nur so ein chilliges Video sein. Wir machen einfach Hotel. und gehen dann noch ein bisschen weiter. Aber was hier passiert ist. Bloß halt krank, das wisst ihr. Wir haben Dorst gespielt. Soll ich wirklich reinmachen? Okay, Chat. Oh mein Gott, Chat. Ich wollte es schon immer mal machen. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott, Chat. Wir haben Dorst durchgespielt. Wir haben Dorst durchgespielt. Wir haben Floor 2 durchgespielt. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott, Chat. Ich hab's geschafft, Chat. Chat, wir haben es endlich durchgespielt. Wir haben Floor 2 durchgespielt. Vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin geguckt haben im Video. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, Modifiers, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommt super gern in meine Streams. Ich bin jeden Tag live. Also wirklich, wenn das kein Like und Abo verdient hat, dann weiß ich auch nicht. Ciao Leute. Ciao. 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 Ciao.